Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Spiel an diesem wunderschönen Samstag zu dieser wunderschönen ausgearbeiteten Rollenspielwelt. Irgendwie haben wir uns über Systeme unterhalten und wir sind darauf gekommen, dass Dungeons & Dragons das Rollenspielsystem relativ kompliziert ist, worauf ich gesagt habe, nee, finde ich gar nicht. Und wir dann herausgefunden haben, wir waren schon in unserem Hauptquartier, Mann. Das können wir jetzt gar nicht zurück, oder was? Gibt es jetzt nur noch die Option, in den Dschungel zu gehen? Das wäre ein bisschen schade. Und wir dann herausgefunden haben, ja, wahrscheinlich manchmal mitbewohnt die vierte Version und ich habe halt einfach auf der dritten, äh, 3.5 habe ich einfach gelernt. Ja. Da habe ich meine Rollenspielausbildung gemacht. Das wäre cool. Rollenspielausbildung. Drei Jahre. So, wir möchten gerne rasten. Nicht ausrasten, sondern, äh, kopfmäßig einrasten. Yeah. Geh mal rückwärts hier. Das hast du dir verdient. Gut. Gut. Unser Plan war, in den, in den Sumpf zu gehen. Hallo? Wird hier nicht gearbeitet, oder was? Wo hoch fällt's? Ich will die Kamera nicht drehen. Hier steht einer im Einzugsgebiet der Stadt. Das geht nicht. So, und jetzt, ups, habe ich aus dem Spiel rausgeklickt. Das geht natürlich nicht. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Und plötzlich war es Nacht. Nur weil wir den Sumpf betreten haben. Eigentlich ist es Morgenstunde 5. Da klappert man hier mal weiter den Sumpf. Oder geht einmal nach Westhaven. Trolle. Pfff. Das ist doch voll unter unserer Würde. Und da machen die uns Zieder. Ja, so sieht's aus. So sieht das aus. So. Ist ja alles in Ordnung? Kann ich wieder gehen? Oder habt ihr hier irgendwelche Probleme? Mal wieder. Irgendwie zieht ihr Ärger an. Habe ich das Gefühl. Und einer von euch macht einen Blödsinn nach dem anderen. So, hier sind die Paradisaden. Ist eigentlich schon gut, dass sie welche gebaut haben. So. Oder ist mal wieder geschlossen? Ne. Können wir mit ihr reden? Geht hinein, Reisende. Ah, wenn's unbedingt sein muss. Geht hinein. Ah, ich bin die Herzlichkeit in Person. Y. Na? Guinea und Leslo. Es war sehr mutig von euch, sich den Drachen entgegenzustellen. Ihr habt meinen Dank und den der ganzen Stadt. Schön, dass Jan wieder da ist. Redet mit ihm, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schältet ihn nicht wegen seiner Leichtgläubigkeit. Das erledige ich. Abgesehen davon, was kann ich für euch tun? Zeig mir, was ihr zum Verkauf anbieten habt. Verkauf anbieten habt. Oh, da. Hast du vielleicht ein paar Goldketten? Zepter der Freiheit. Sieht richtig toll aus. Das Gewitterzepter gönnen wir uns mal. Ich habe zu viel in meinem Rucksack, um mich zu bewegen. Weißt du, pack ein kleines Zepterchen ein und dann... Äh, Legendenkundel. Nein. Wir kaufen noch den Zauber... äh, Feuerballstab. Den bekommt dann... ...irgendjemand. Oh. Hm. Finsterer Streiter und vom Kleriker. Mittelschwere Wunden verursachen. Den holen wir uns auch mal, falls dann alles scheitert. Das kriegt die Klerikerin. Nelfsäurepfeil ist so ein bisschen... Hm, naja. Magierring, zweiter Grad. Nääää. Hier, das ist alles so ein bisschen mittelmäßig, ne? Ich glaube, Waffen haben wir auch alles Bessere. Alles besser. Alles Schlampen, außer ein Bouti. Ja. Ähm... Na, Thomas. Du hast doch schon mal bessere Dinge im Angebot gehabt. So, was war jetzt das Problem? So, dieses Zepter bekommt sie hier. Und diesen Feuerballstab bekommst du da. Und du kannst das Gewitter Zepter mal bitte selber benutzen, falls wir auf Unheule treffen. Kugelblitz, okay. Und Stab der Blitze bekommt er hier. Falls seine Zauber irgendwann mal versiegt sind, kann er das nämlich alles reinbrezeln. 50 Stück. Hui. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Aber von Untoten war jetzt hier noch nicht die Rede. Ja, 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 ja. Womit kann ich euch helfen? Was gibt's Neues im Dorf? Aha. Nun, unser ungestümer kleiner Halbthrow. Oh, ich wusste, dass der noch irgendwas damit zu tun hat. Äh. Man scheint mir etwas niedergeschlagen. Viel mehr als sonst. Er will nicht mit mir sprechen. Doch vielleicht ist das bei euch anders. Gut, danke. Lass mich mal kurz deine Vorräte sehen. Vielleicht hast du ja ein paar... Guck mal hier, Alarmstein. Ein paar Heilertaschen für sie. Würde ja sagen. Das ist gut. Rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Warte, können wir das so machen? Dann sind die Knöpfe fast übereinander. Oh, können wir diese vielleicht übereinander machen? Ja. So, kann man auch gut shoppen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, ne? So ein paar sieben Millionen. Und sie scheint 1000 Heiltaschen zu haben. Oh, ich glaube, unsere Klerikerin ist überladen. So, mit Heiltaschen. Äh, gib mal ab, was du nicht brauchst hier. Das kannst du an ihn abgeben. Den komischen Hammer auch. Und dann sollte das doch eigentlich bald mal erledigt sein mit dem Übergewicht. Ansonsten, nimm mal ein bisschen ab. Verdammt. Okay, 10 Heilertaschen können wir auslagern. An unseren Heiler... Äh, nicht Heiler. Überhaupt wäre es uns gut, wenn jemand Heilertaschen hätte, der... Ich habe zu viel in meinem... Oh, ja. Ja. Ja, nimm. Friss. Und stirb glücklich. Das ist mal Radstab. Kannst du den tragen? Wie wenig ich sie auch tragen kann, bis sie da mal überladen ist. Es ist... Ein Träumchen, oder auch nicht? Hier. Ich kann noch ein paar Sachen verkaufen, aber nee. Gut. Ja, sehr schön. Hier sind ja einige Quests immer am Laufen. Wer hier nochmal mit Jan? Ich dachte, wir können den jetzt rügen, aber nein. Nein, nicht. Gut. Quarrel können wir jetzt reden. Quarrel, mach keine Quirilen. Sag uns, was Phase ist. Kommt ihr den gescheiterten Hexer zu sehen? Oh, was ist los mit dir? Ich kannte einen Hexer, der ist gescheitert, aber du? Macht euch keine Vorwürfe. Die Drachen haben jeden überrascht. Ihr vergleicht mich mit diesen Jammerlappen aus dem Sumpf? Ich habe Macht. Ich habe Pakte mit Dämonen und Teufeln geschlossen. Dinge gesehen, die das tapferste Herz entsetzt hätten. Das denkst du? Das ist alles subjektiv. Dann scheint dein Herz nicht besonders tapfer zu sein, mein Freund. Ja, wir bauen ihn mal ein bisschen auf. Aber als ich das den Drachen sagte, da, da lachten sie mich aus und zwangen mich mit den anderen Meht zu brauen. Das ist dein eigenes einziges Problem. Ich kam hierher auf den Spuren des Großen, des fürchterlichen Amon Jero. Was würde er sagen, wenn er mich so sähe? Ich hörte von einem Hexe, der die Kreuzwegfeste erreichte. Vielleicht war er das. Äh, wir haben einen Hexer in der Kreuzwegfeste? Ja, er war es. Ihr kennt die Geschichten auch? Ja. So muss es sein. Ja, jetzt ist alles klar. Ja. Ich gehe zur Kreuzwegfeste. Ich folge seinem Weg und werde lernen, wo er es tat. Mhm. Ja, schön. Sehr schön. Gucken wir mal ins Journal. Ist das jetzt schon erledigt oder was? Nee. Eure Worte haben... Und er ist sofort zur Kreuzwegfeste. Es will ihn später dort aufzusuchen. Okay. John Thea, segne euch. Der... Hä? Ah. Der Boden um einige der Häuser herum wirkt frisch umgegraben. Es scheint hier viele neue Gesichter zu geben. Ach so, ich dachte, Gräber. Wir sind eher Flüchtlinge als neue Gesichter. Wir stammen aus anderen Dörfern im Sumpf. Treiben sich hier in viele Untote herum? Nicht mehr allzu viele. Hier und da. Okay. Ja, dann... Aber Untote. Hm. Hm, hm. Da. Die untersuchen wir natürlich noch. Und dann suchen wir Carvel auf. Ähm, der ist wahrscheinlich in der Kreuzwegfeste. Ähm, der ist wahrscheinlich in der Kreuzwegfeste. Wir haben immer noch den Hammer von Kelgar, den wir zurückbringen müssen. Der... Ich weiß nicht, wo sie ist. Und wir haben noch einige Quests, die wir machen können, um aufzusteigen. Und wie gesagt, äh, wenn das nicht für zwei Level reicht, dann werden wir einfach noch ein bisschen grinden. Ich würde sagen, innerhalb von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Folgen werden wir das Projekt aber wahrscheinlich abgeschlossen haben. Behaupte ich jetzt mal. Hier ist ein Troll. Ach, komm. Bereit. Ein paar Spinni, Spinni. Ach nee, ein paar Käfer. Ja, aber der hat genug für uns. Irgendeine Sumpfhülle. Waren wir hier schon in dieser Sumpfhülle? Die ist noch eine Kruft. Waren wir schon in dieser Kruft? Ja, ich glaube, in dieser Kruft waren wir schon. Und dann waren wir auch schon in dieser Sumpfhülle. Das hat er uns das ja neu angezeigt. Kleine Walkmeute. Ja, oh, süß. Hier ist irgendwie noch so nichts. Hier in der Mitte. Ach, die Wegfindung ist ein Traum hier. Ja, ey. Das ist so ein Kult gewesen. Und das ist hier nichts. Eine Mö-Mö-Mö-Mö Monster-Buddle. Ja, da kämpfen wir gegeneinander. Ja, nö, hier ist irgendwie nichts. Dann suchen wir auf dem Weg nach Niewinter einmal Queryl auf. Und gucken, was er zu sagen hat. Und wir haben immer noch keinen Adamantit gefunden. Assassinen? Also, das können wir so nicht stehen lassen. Das können wir so nicht stehen lassen. Wow, das sind ja ganz schön viele. Yanti-Assassine. Gut, wir werden zu einem Baum. Wir haben ja gesagt, grundsätzlich werden wir jetzt mit Bäumen arbeiten. So, Schnellzauber minimieren. Hier machen wir das. So. Du misch dich da einfach ein. Und du machst doch mal diesen hier. Wobei, die mögen ja eigentlich Feuer, ne? Wie war es mit Hammer der Götter? Genau, du rennst da hin. Und du auch. Bewegt dich doch mal. Wie sie nichts machen. So, wir machen das jetzt so, ja? Hier gibt es ein Befehl. Und zwar nächstes Ziel angreifen. Ja, dann mach doch mal was hier. So, ihr geht jetzt mal alle. Oh, ich will. Also, wenn man sich auf uns verlassen muss, ja, dann ist man echt verlassen. Die armen Händler. Ja, natürlich sollst du angreifen. So. Okay, nächstes Ziel angreifen. Und wenn er so hilflos ist, ganz allein, dann wird jetzt hier natürlich reingehauen. Huch. Unser Paladin ist tot. Oder halt schwer verletzt. Das geht ja nicht. Also, wir haben da sicher noch was Schönes, oder? Okay, das ist eine andere Nummer, diese Yanti-Spione. Äh, Assassinen. Die haben es echt in sich. Ne, du ballerst da keinen Feuerball rein. Da ist noch immer noch ein Händler. Gut, was haben die bitte für eine Monsterstufe? Ne, du ballerst da keinen Feuerball rein. Es ist ja ganz gut, dass wir hier eingegriffen haben und nicht die ganzen armen Händler auf sich alleine haben, äh, stiehen lassen. Oh ja. Alle sind tot. Krass. So, wir stellen uns mal alle, äh, zu dem Händler. Bitte. Und dann gibt's hier einmal Massenheilung, bitte. Das ist ja... Hui. Ich würde... Ach, ich würde ja sagen, das ist unbedingt nötig. Nochmal. Bleib dicht hinter mir. Vielen Dank. Lebt wohl. Vielen Dank, lebt noch, ja. Uh, und zwar hat Gold nicht, dass wir es nötig hätten, aber... Sicher nicht. Vielleicht finden wir noch ein paar Goldshalsketten. Und ein paar Smaragde. Weil ich auch Rubine gesammelt habe oder so und gedacht habe, das ist ein bisschen peinlich. So, wie viele Erfahrungspunkte haben die eigentlich gegeben? Die Yanti, das ist ja schon... Hm. Ziemlich heftig gewesen. 28. Ja, ich finde, das ist völlig verhältnismäßig, von dieser Gruppe, Yanti, 28 Erfahrungspunkte zu bekommen. Weil, ich meine, ey, der Kampf ist ja aber richtig easy. Wir haben jetzt keine Beutelchen mehr hier, ne? Nee, okay. Wir haben jetzt so viele Alarmsteine, wobei, die sollten wir uns vielleicht aufheben. Wow. Ein kleines Intermezzo. Wie viel gab das jetzt für uns? So? Gibt ja immer nochmal Erfahrungspunkte für die Begegnung. 47. Euer Ernst. Euer Ernst. Naja, okay. Wir mischen uns so in Zukunft vielleicht nicht ein. Also, insgesamt sind es schon ein paar Erfahrungspunkte gewesen, aber... Wir rasten einmal. Und dann... ...betreten wir den Innenhof. Den Innenhof? Nein, den Innenhof. Die Frage ist, wo wird er stehen? Er wird in der Kreuzwegfeste stehen, schätze ich. Und... Ja. Wenn er schlau ist. Sonst steht er in unserem Händlerhauptquartier herum. Das ist natürlich nicht so schlau. Weil da war der Hexer sicher nie in unserem Händlerhauptquartier. Da ist Quarrel. Der wollte sicher unbedingt den Kelker-Erfolg fängeln. Ich verstehe jetzt. Jetzt ist alles klar. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Nein, nicht wirklich. Dieser Zwerg sagt, er sei mit Amonjero gereist. Ja, Junge, und mehr noch. Ich sage euch, wir haben ihn besiegt. In seiner eigenen Zuflucht. Vergesst das nicht. Ja, Junge, und mehr noch. Ich sage euch, wir haben ihn besiegt. In seiner eigenen Zuflucht. Vergesst das nicht. Er war ein Schwächling. Ja, dieser Ordenshauptmann konnte einen der mächtigsten Hexer besiegen, die Toril je hervorgebracht hatte. Mit solchen Gefährten. Klingt, als hättet ihr etwas gelernt. Das habe ich. Selbst Jero's Kraft reichte gegen eine so mächtige Gruppe nicht aus. Geschichten über ihnen können mich nicht alles lehren. Wir könnten jetzt einen Gefährten haben. Das könnte interessant werden. Ja. Ich mag zwar eure Absichten lachhaft und töricht finden, doch ich kann ihre Macht nicht leugnen. Vielleicht habt ihr ja die Erweisheit meiner Absicht nur noch nicht erkannt. Das mag sein. Jedenfalls bitte ich euch, mich euch anschließen zu dürfen. Äh, ja. Derzeit ist scheinbar. Ja, dann warte mal in unserem Händleraufquartier. So, die wir gucken mal. Ich glaube aber eher, dass wir noch einen Tank brauchen könnten. Deswegen werden wir ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen. Wobei er schon ein paar ganz nette Sachen auf Lager hat. Jedenfalls, wenn er mit Hermann Jero's Lehren vertraut ist. Kann ich mit dir nochmal reden? Ich stehe jetzt um die Feste. Die Feste dieser Tage ziemlich lebhaft. Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Habt ihr Aufträge? Das habe ich in der Tat. Wie es aussieht, kämpfen noch einige Diener des Fürsten der Schatten für seinen Krieg. Sie können nicht akzeptieren, dass wir sie ehrlich besiegt haben. Diese Schattenpriester haben sich in einer Ruine südlich von dir verschanzt, in der Nähe des Totensumpfes. Speer haben gesagt, dort wimmelt es von Untoten. Ihr solltet also jede Menge Weihwasser und so mitnehmen. Viel Glück. Gut. Guck mal, da haben wir doch schon noch eine Mission. Und bevor die Folge noch länger wird, und damit ich nicht vergesse, dass ich an der richtigen Stelle zuschneiden muss, verabschiede ich mich von euch mit diesen flackernden, schwebenden Kerzen, die ein bisschen aussehen wie bei Harry Potter. Gehabt euch wohl, habt noch ein schönes Wochenende und bis nächsten Samstag. Geht euch noch mal. Geht euch noch mal. Geht euch noch mal. Geht euch noch mal. Vielen Dank.